So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Ich, der MrGameson58, wollte euch nur informieren, dass ich wahrscheinlich auf diesem Kanal Let's Tests, Let's Plays von kostenlosen Spielen hochladen werde. Warum? Ja, ich fand halt sowas ganz cool und ich wollte das selber mal machen. Und, äh, naja, ab und zu werden wahrscheinlich auch noch Let's Plays kommen von halt Spielen, die halt was kosten. Und, ähm, ja, aber meistens werden wahrscheinlich Spiele kommen, die halt nix kosten werden. Und ja, falls ihr mal Tipps habt, was ich Let's Plays könnte, zum Beispiel, weiß nicht, irgendein kostenloses Spiel, Ego-Shooter, sei sonst was, schreibt mich an. Mal gucken, ob ich's spielen werde, wenn's gut ist zumindest. Und, äh, ich werd natürlich auch zu den Spielen Reviews geben. Und, ähm, ja, das war's denke ich mal meinerseits. Und, ja, ich sag ciao, bis dann.